so auf ein neues ich finde das immer lahm wenn wenn spielcharaktere nicht in der lage sind zu schwimmen nein hat er sich doch festgehalten gibt es auch ne und ich starte immer an dieser stelle ich will ja nicht meckern aber wieso nehme ich eigentlich nicht diese sache hier haben wir vergessen hier oder was ich bin so vergesslich ich habe alles wieder vergessen hey es ist nicht nett hier ist eine mit der kette da war doch nur einer hallo sagen sie mal liegen er hat sie doch ergeben you got a new power vor lauter blöden rumgekröcher ich jetzt ganz übersehen was jetzt machen kann l1 was sie brauchen ist sowas von ungesund genau meine güte sie an seine eigenen rotze verschlucken aber auch das ist ja wieder vollkommen übersehen wo ich eigentlich eigentlich hin wollte muss das kennen kennzeichnen ich verlaufen ich wieder ohne ende ich bin ganz schön dampf eine andere einsaugen auch hier ich finde das schade dass man hier nicht hinein kann wohl vielleicht kann man das ja nein ich glaube es einfach nicht und ich werde jedes mal an dieser vollkommen undankbaren stelle abgesetzt ich mach mal hin da da bist du immer noch nicht nah genug ran doch die scheiße die leuchtet noch hallo man saug ein da schon viel besser man 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 hier kommt thomas der größte fänner kröcherei vor allem seine eigenen so von da ging es sogar besser ich hatte ja gehofft der andere weg wäre kürzer wo ist denn das teil hier ich hab mal doch wieder die mut taste lieber bemüht so eine kamera noch ja guck mal hier mit euren schönen autos macht freut sich das denn nicht das habe ich doch noch gar nicht abbezahlt bist du wahnsinnig du idiot mein schönes auto der sinn meines lebens der sinn meiner existenz ich 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 Zack. Wo ist denn jetzt hier? Kamera zerstört. Gibt es aber gar nicht, ab hier rumzusehen. Dann die Bioterroristen dann noch als drogenabhängig abzustempeln. Unglaublich. Wollt ihr weiter singen? Jetzt muss ich noch die Drogenhändler hier... Oh, warte mal. Wie machen die ihre Drogendienste auf den Dächern hier? Den Dächern der Stadt. Ach so, da vorne ist das. Meine Güte, dass überall diese Lappen rumhängen. Ich bin schwer verletzt, Dillte. Da muss das wohl doch... Wann machen die ihre Drogendeals denn auf den Dächern? Da muss doch irgendwo ein Lüftungsschacht sein. Ah, hier. Drogendeal verhindert. Der darf weiterleben. Was haben wir denn noch? Ja, das war ja schon alles für das Gebiet. Wollte da pro Videos jetzt schon ein Gebiet machen. Nächstes Mal kommt das dran, das etc. Ich mache aber erstmal hier diese Gebiete. Das Gebiet. Dann das hier. Das war wohl etwas Kleineres. Was ich glaube, die haben alle einen hiervon. Eigentlich ist das hier. Die haben sich einfallen lassen. So kommt mir das vor. Was man in einem Gebiet machen könnte. Dann haben die das unterteilt. Und dann... Das wird etwas Neues werden hier. Diese Radarantennen muss man kaputt machen. Und da kann man später rüber hier. Geht es aber noch nicht. Daher sowieso. Wo war es denn andere hier überhaupt? Ein sehr kurzes Video. Oder ich auch nie auf Toilette muss. Ich kann auch mal ein bisschen hier noch so rumgucken. Was hier noch so ist. Hören Sie auf meine geölte Stimme. Sie werden ganz schläfrig. Sie glauben alles, was wir Ihnen sagen werden. Ich frage mich, ob man ihre Sachen auch noch sehen kann hier. Wohl zwei Jahre zuvor. Ich weiß nicht, ob man noch... Ihre... Lasermalereien noch sehen kann. Nochmal Rauch einsaugen. Sonst ist da ja auch nichts mehr. Dann mache ich mal... Für einen Moment Schluss. Ich werde wohl heute noch weitermachen. Und zwar diesen Teil hier. Dann mache ich erstmal die anderen Teile alle. Und zum Schluss mache ich dann mit den Radardingern hier das. Tschüss, bis zum nächsten Mal.